so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge max out müde max out monday natürlich ich habe ein super geniales titel pokémon wo ich mich sehr gefreut habe weil alle gesagt haben was das sehntrio kommt wieder zurück was war da denn los und ich dachte endlich kann ich mal ein paar xl sammeln für meinen hunderter das möchte ich heute maxen unser regionales sehen pokémon das west brit plus fünf vorschläge wieder aus der community die ihr und das letzte video gemacht habe voraussetzung ich habe ein hundertprozentiges und genügend xl um es zu pushen so ich habe auch wieder ein paar spezialisten gesehen wo ich dann im video letzte woche gezeigt habe das kann ich nicht maxen da habe ich doch kein hunderter und was schreibt man unter das video genau dasselbe pokémon wieder weil die leute halt sind wie sie sind so ich gehe jetzt erstmal hier rein möchte jetzt hier mal eingeben moment 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 wesprit übrigens ich suche auf diesem wege vielleicht einen besten freund der vier freundschaftsherzen schon hat der ein paar zangabu gesammelt hat der vielleicht noch ein glücks zangabu braucht der interesse hat mit mir vielleicht ein bisschen zangabu muro zu traden ich habe jetzt schon mit drei vier verschiedenen leuten immer mal ein paar zangabu getauscht ich möchte aber auch euch vielleicht die gelegenheit geben wenn ihr zangabu habt und das noch wegtauschen wollt für ein garantiertes xl für hoffnung auf dem lucky zangabu mit guten ev ich suche das hunderter ich versuche das aus der quest oder eben durch den tausch zu erhalten so der erste der mir hier einen kommentar oder dieses video schreibt dass er interesse hat am zangabu mirror trade und ich auch weiß wie ich den erreiche oder wo ich den erreiche weil das mit angibt den würde ich mir vielleicht rauspicken dass wenn die sandwoche um ist die strandwoche das wasserfestival dass ich mit dem paar zangabu ein bisschen hin und her trade und wenn dann immer noch der nur 20 hat und nicht 1000 brauche ich halt eh noch einen anderen und noch einen anderen und noch einen anderen ich möchte nämlich auch xl sammeln bei zangabu ich habe nämlich nur 89 das heißt wenn ich 100 trades mache kriege ich 100 xl das passt sehr gut jetzt aber gebe ich ein vier sterne und wesprit und das seht ihr schon dass ich hier ein wesprit habe was ich jetzt maxen möchte das ist der rico und der heißt so weil der rico schuld ist daran schuld dass ich dieses 100er wesprit überhaupt habe ich gehe jetzt einfach hier drauf ich pushe das jetzt mit einem ding einfach hoch 3457 wp bei diesem hundertprozentigen wesprit der jetzt auch hier diesen level 50 tag bekommt wir für samt jetzt auch hier diese bewertung noch ein machen und dann 100 prozent wesprit aus mailand lombardei italien gefangen topuz selbe gefallen mir zwar besser finde ich persönlich genialer aber wir haben halt wesprit und das habe ich wenigstens als 100er ne habt ihr auch schon ein sehntrio member als 100er habt ihr schon eins gepusht schreibt es meine kommentare und denkt dran am donnerstag ist raid boss wechsel das sehntrio geht weg an ego in scheidi hoffe ich ist dann verfügbar da würde ich vielleicht ein paar hunderter hans machen denn das ist eigentlich ein cooles pokémon und als shiny sieht das recht gut aus da brauche ich xl da brauche ich shiny und auf dem weg zu den xl voll zu machen dann hunderter abzugreifen ist der beste giftangreifer ist das nicht verkehrt ansonsten wie sieht es denn gerade aus bei wesprit wenn wir wesprit eingeben und schillernd sehen wir dass ich vier scheinen die wesprit habe diesmal habe ich noch keins bekommen in zwei wochen wo es da ist als shiny aber ich habe die schon vorher gehabt wie viel scheinen die wesprit habt ihr schreibt es mal in die kommentare jetzt gehen wir mal in die kommentare vom letzten video und sehen balu hat ein tipp abgegeben und gesagt mach mal flämli oder logok jungglut logok weiß ich definitiv dass ich das schon als hunderter gemaxe habe weil ich alle feuerstarter auf level 50 gepusht habe in irgendeinem spezialvideo also logok ist auch 50 flämli hat er hier gesagt jungglut würde auch noch ausstehen weil er flämli so reingeschrieben hat nehmen wir trotzdem jungglut und pushen das eben auf level 50 mit 1868 das immer das nächste höhere erst gemacht wird bevor das kleinere dran kommt so jungglut ja auch level 50 tag glückwunsch balu dann haben wir timo rüger mein vorschlag für die kommende woche kra box oder kra bell kra box kra bell weiß ich dass das gemaxed ist als es nämlich frisch eingeführt wurde zum event habe ich das gemaxed die xl für kra box reichen leider nicht ich könnte noch 26 umwandeln reicht aber auch nicht da müsste ich jetzt im event ein bisschen gas geben um sowas zu kriegen kra bell ist gepusht auf 3286 rest reicht nicht dann kommt der relaxer und sagt riolo sage ich noch mal dazu ich habe kein hunder da deswegen kann ich das leider nicht machen also schreibt bitte wieder riolo und dieses video dann haben wir jochen der sagt zubat mirabla das blutzeug so der sagt zubat gefühlt sagte irgendwie unter jedem video zubat das ist nämlich auch immer einer der nicht zuhört oder doch jetzt muss ich selber mal schauen x bad ist auf 50 golbert ist auf 50 und zubat ist auf 50 weil der marke sich beschwert hat dass die leute immer so viele vorschläge machen gehen wir jetzt einfach mal weiter und gucken unter den nächsten wieso hast du mich nicht dran genommen so weil der jochen sich immer nicht an die regeln hält wir haben aber extra seinen vorschlag durchgeschaut benjamin sagt later nekdo zum mexen würde das wulbix behalten hast du schließlich staub dafür ausgegeben schauen wir mal nach later nekdo later nekdo wir haben skalabra auf 50 wir haben later nekdo nicht auf 50 können wir aber machen kommt also auch der level 50 tag dran 1931 so level 50 und wie sieht es aus mit lichtl lichtl ist auch auf 50 ist der zweite vorschlag aus der community der passt drei vorschläge der community sind noch übrig wenn wir durch sind und keine vorschläge mehr haben dann kann ich wieder auf jochen zurückgreifen machen wir es nämlich jetzt so niklas fragt wie man staub bekommt fang sternstücke rübel reeds eierbrüden alles gibt staub poka honda ich sage einfach mal passend zum cday max mal bitte milzer milzer weiß ich dass ich ein max gemakst habe schon nämlich das hier das hunde da tobi milzer selber und schaf hax habe ich aber nicht gemakst das heißt schaf hax könnten wir er hat ja jetzt für milzer abgestimmt aber ach komm wir machen schaf hax weil wir ja das nächstes größere machen und sagen schaf hax hier auf 2526 ist damit der dritte vorschlag der passt kriegt ja auch den level 50 tag das heißt milzer kann man immer noch vorschlagen wie gemein das immer ist ich gebe euch doch schon die tipps was definitiv dran kommt und passt so patschirisu habe ich keine xl glaube ich nur kurz reingucken patschirisu hat 124 xl passt nicht kosimun wschu oder simbulara sind meine vorschläge simbulara habe ich bestimmt auch keine xl vielleicht ändert sich das zum go fest irgendwie oh 4xl naja das sieht schlecht aus linfu und wschu habe ich beides nicht als hunder da rix ja auch glaube ich nur aus der gbl immer hinterher geschmissen hast vielleicht in drei monaten mal zwei encounter also ich deswegen da kein hunder da vorhanden tobias reuler sagt narvi taub narvi taub guck mal narvi 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 dusselgur faser noob faser noob 50 narvi taub nicht 50 können wir erstmal pushen auf 1631 können den level 50 tag dran machen dann ist er auch fertig so und dusselgur selber ist auch fertig das heißt die familie ist voll hier haben wir ein männliches mit dieser perversen maske da eins steht glaube ich noch aus ladanekto haben wir schon gemacht hätte ich doch lieber vorhin ladanekto ist ladanekto außerdem tobias reuter war ja schon dran hagino der dino moin das kann man nicht maxen nalisch best vielleicht remorait remorait habe ich definitiv noch nicht gemaxed max oktillerie ist gemaxed remorait ist nicht gemaxed habe ich aber auch keine xl dafür madu ein von den krebsenkrabben aus der rampenlichtstunde max mal ardi geht nicht guck mal da steht skampisto sagt die schenaya das heißt wir gehen jetzt mal auf skampisto dann haben wir auch gleich den den vorschlag von der schenaya noch dabei wumma wumma ist auch noch nicht gemaxed wir nehmen damit schenaya die weiterentwicklung kriegt obwohl sie ja das wäre jetzt fies wir haben kein milzer gemacht wir haben kein was weiß ich gemacht also müssen wir jetzt wumma machen wumma wird gemaxed auf 3124 damit haben wir einen vorschlag von madu und von schenaya gleichzeitig abgearbeitet machen jetzt hier den level 50 tag noch dran wumma 3124 das ist wirklich eine wucht was haben wir sonst noch übrig gehabt ähm nichts das ist sehr gut das heißt es ging genau auf und jochen ist wieder mal der lacker der woche und ich freue mich dass wir jetzt unser vier sterne westbrit gebastelt haben das sieht gut aus das nehme ich jetzt hier her 3457 das ist das titel pokemon das war max out monday was habt ihr zuletzt gemaxed spielt ihr überhaupt noch schreibt es mir in die kommentare wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses und wenn wirklich nichts dazwischen kommt habe ich morgen auch ein super geniales gewinnspiel für euch wo ihr ein rüstungs mewtwo gewinnen könnt was vielen wohl fehlt und einige leute schon gefragt haben kommen das mal wieder wie kommt man da ran könnt ihr mitmachen schaut es euch an rüstungs mewtwo wer bock hat peace out vorhaut euer ramses bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal